Willkommen zu den heutigen VIVI News. Das nächste DC-Collectable droppt auf VIVI und das Ganze ist Darkseid. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall ein Patent von Disney an, was mit NFTs zu tun hat und auf jeden Fall auch den Omikros. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen und Brot, ich bin es dein Captain, dein VIVI OG mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit zwei, drei spannenden Themen mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit dem nächsten Job, den wir sehen werden. Und das Ganze ist von DC und zwar nämlich Darkseid. Unter anderem hier ein neuer Bösewicht, den wir sehen werden am Sonntag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Das Ganze hier an dieser Stelle animiert und das Ganze ist ja aus Justice League. Ansonsten wird es wahrscheinlich auch noch ein Video von Chris, wie wir reisen geben zu diesem gesamten Collectable, beziehungsweise auch zu dem Charakter. Ansonsten gibt es hier auf Englisch nochmal von VIVI selbst auf jeden Fall eine kurze Zusammenfassung des gesamten Collectables. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns den guten auf jeden Fall mal an. Das Ganze ist auf jeden Fall ein einzelnes Collectable. Das Ganze wird eine Ultra sein mit Animation und Sound. Ich werde dir an dieser Stelle einmal ganz kurz hier auch das Ganze einblenden, dass du das Ganze einmal ganz kurz anhören kannst. Das Collectable selbst wird hier einen Listenpreis von 60 Gems haben und das Ganze wird auch eine Editionzahl von 1.970 Stück haben. Außerdem natürlich eine Ultra sein und auch eine First Appearance, was an dieser Stelle recht interessant ist. Außerdem wird das Ganze natürlich im Waitlist-Drop-System stattfinden. Ich denke mal, das wird sich jetzt hier, was die Collectables jedenfalls angeht, weiterhin durchziehen. Was die Comics angeht, wird es auf jeden Fall noch etwas brauchen, bis wir dort auch das Waitlist-System haben. Aber hier auf jeden Fall für die Collectables schon mal sehr, sehr positiv an dieser Stelle. Ansonsten kommen wir auf ein Patent zu sprechen, was Disney beantragt hat. Und zwar geht es hier nämlich überwiegend wirklich auch um NFTs, beziehungsweise um die Royalties. Das heißt, um die Fees, die man sozusagen bekommen kann, wenn man ein Collectable als allererstes hatte, beziehungsweise gemintet hat. Das Negative hier daran ist leider, dass natürlich das ganze System darauf basiert, dass die Royalties relativ attraktiv sind für Disney, wie aber natürlich auch für Verkäufer. Was natürlich an dieser Stelle das Flippen extrem fördert. Und jetzt werden wahrscheinlich die ein oder anderen sagen, oh mein Gott, jetzt wird das bei Vivi kommen. Ich denke, das wird auf jeden Fall nicht bei Vivi kommen. Es wird aber wahrscheinlich im Disney-Ökosystem unter anderem Dinge geben, wo natürlich auch sowas mit eingesetzt wird. Und natürlich Disney dann davon extrem profitiert, beziehungsweise natürlich dann Hodler eigentlich sogar fast im Nachteil sind. Und sogar wahrscheinlich auch weniger Geld im Endeffekt irgendwann rausbekommen, als Leute, die flippen. Was natürlich dazu leider schneller verleitet, zu flippen. Nichtsdestotrotz sollte man auf jeden Fall hier erstmal abwarten. Das Ganze ist erstmal nur ein Patentantrag. Das heißt, das ist wahrscheinlich erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall erst in Benutzung. Beziehungsweise dort wird es dann vielleicht auch erst wirklich erst angewandt. Dementsprechend hier auf jeden Fall erstmal die Füße stillhalten und abwarten, was Disney da in den nächsten Jahren noch so rausbringt. Für alle Leute, die sich auf jeden Fall interessieren, was in dem Patentant wirklich auch nochmal drinsteht. Ich werde euch hier einmal diesen Twitter-Thread einmal unten verlinken. Dann könnt ihr auf jeden Fall euch die Patente mal genauer ansehen. Der Bitcoin bewegt sich steil nach oben. Der Omi-Kurs leider nicht ganz so mit, aber auf jeden Fall ein bisschen. 3,4% sind wir jetzt hier gerade im Plus insgesamt. Der Markt hat sich hier auf jeden Fall gut nach oben bewegt. Wir sehen jetzt hier auch beim Omi-Token auf jeden Fall eine Entwicklung nach oben. Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin hier in einem Down-Trend und das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen fortsetzen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal über ein paar Wochen auch eine Aufwärtsbewegung gesehen. Eine leichte jedenfalls von der Tendenz her sind dann aber wieder abgefallen. Ich denke mal, was ähnliches könnten wir hier auch sehen. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass wir hier in diesem Bereich bleiben werden. Dann erstmal auch bis Ankündigungen kommen werden, wann das UUP wirklich losgeht. Beziehungsweise vielleicht dann auch wirklich erst mit dem UUP hier Ausbrüche aus diesem Bereich sehen können. Ansonsten möchte ich gerne auf jeden Fall nochmal ein Thema ansprechen, was Vivi angeht. Und zwar geht es nämlich hier darum, um das gesamte Produkt Vivi. Denn was viele Leute tatsächlich häufig vergessen ist, dass Vivi ja nicht nur an Digital Collectibles baut, sondern ja auch noch an sehr viel mehr Projekten gleichzeitig beteiligt ist. Sei es zum Beispiel Fidgetals, das heißt physische und digitale Collectibles. Unter anderem Digital Frames, das heißt digitale Bilderrahmen. Unter anderem arbeiten sie an ihrem eigenen Metaverse. Plus Gaming steht auf jeden Fall im Raum und das Thema Musik. Meiner Meinung nach wirklich extrem viele Felder. Und das macht Vivi auch sehr, sehr einzigartig im Gegensatz zu vielen anderen Projekten, die sie wirklich nur auf eine Sache häufig fokussieren. Nämlich oder zwei Sachen Metaverse und zum Beispiel auch Digital Collectibles bzw. NFTs im Allgemeinen. Dementsprechend Vivi streut hier wirklich auch sehr viel breiter, was ihre Projekte angeht. Dementsprechend ist natürlich auch vieles deutlich zeitintensiver und braucht auch deutlich mehr Manpower. Das könnte unter anderem auch ein Grund sein, warum tatsächlich vieles hier relativ langsam vorangeht verhältnismäßig. Aber das wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal angesprochen haben. Natürlich das Thema Musik wurde auf jeden Fall angesprochen. Zum momentanen Zeitpunkt haben wir das noch nicht. Dass das Thema Gaming angeht, sind auf jeden Fall die Vermutungen auch sehr nah. Wie gesagt, Metaverse wissen wir ja. Digital Frames wurde auch schon angekündigt. Und Fidgetals wurde auch schon angekündigt für dieses Jahr. Und insgesamt habe ich also nochmal geschrieben. 2023 werden wir auf jeden Fall das Viviverse bekommen. Wir werden Fidgetals bekommen. Möglicherweise Digital Frames und auch vielleicht Gaming. Meiner Meinung nach da unten da auf jeden Fall einige Sachen drauf hin. Sei es die Partnerschaft mit Ubisoft und auf jeden Fall noch deutlich mehr. Ja, das auf jeden Fall. Dazu schreibt mir gerne eure Gedanken auch zu dieser ganzen Sache unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle heute auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Video. Zum Freitag und zum Wochenendestart. Deswegen wünsche ich dir da draußen auf jeden Fall jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.